Wohnräume gestalten und damit Wohnträume erfüllen. So lautet das Motto der Schreinerei Haltmeier im Niederbayerischen Einmus. Das junge Unternehmen hat sich auf die Herstellung und Bearbeitung von Massivmöbeln und anderen Bauelementen spezialisiert. Ob Treppen in unterschiedlichen Ausführungen, Küchen und Bäder aus eigener Fertigung oder Parkett- und Laminatböden. Schreinermeister Stefan Haltmeier setzt bei allen Anfertigungen auf regionale Materialien und hochwertige Farben. Gemeinsam mit seiner Frau und zwei zuverlässigen Mitarbeitern begleitet der Fachmann seine Kunden von der Idee bis zur termingerechten Montage. Dank hochmoderner Maschinen und bester handwerklicher Expertise steht Ihrem individuellen Einrichtungswunsch hier garantiert nichts im Weg. Freuen Sie sich auf handgefertigte Einzelstücke und lassen Sie sich von den frischen Ideen des kreativen Teams inspirieren. Schreinerei Haltmeier – immer am Puls der Zeit. Schreinerei Haltmeier Schreinerei Schreinerei